Angela Merkel auf der Bundespressekonferenz. Ihr großer Auftritt auf der Bundespressekonferenz seit einem Jahr, ihr erster Auftritt seit einem Jahr. Rolf Klein ist bei mir aus der Politikredaktion. Wie ist Ihr Eindruck? Wie hat sie sich geschlagen? Tja, wenn man sich vorstellt, dass Angela Merkel eigens ihren Urlaub unterbrochen hat, um vor diese Bundespressekonferenz zu gehen und sich anguckt, warum sie das gemacht hat, nämlich aufgrund einer Anschlagsserie, die, wenn man so will, in Nizza begann und bis nach München reichte, dann muss man ganz eindeutig sagen, das, was sie angekündigt hat, unter anderem in ihrem Neun-Punkte-Programm, hat mit diesen Vorgängen so gar nichts zu tun gehabt. Insofern war das, ja, man muss es fast so hart sagen, ein Placebo, weil keiner der Neun-Punkte, Klammer auf, auch keiner der Neun-Punkte war wirklich neu. Die meisten davon liegen in irgendeiner Form schon seit geraumer Zeit, manche seit über einem Jahr auf dem Tisch. Keiner dieser Neun-Punkte hätte dazu geführt, dass ein Anschlag, wie in Nizza oder wie in München, hätte verhindert werden können. Also ein Beispiel, wenn man sagt, schneller abschieben. Nun gut, der Attentäter von München, wohin hätte der abgeschoben werden sollen? Der war deutscher Staatsbürger. Oder ein anderes Beispiel, die Frage Waffe, schärfere Waffengesetze. Die Waffe hatte, der sich illegal besorgt. Oder der Attentäter von Nizza hat einen LKW als Waffe. Soweit mir bekannt, unterliegt ein LKW nicht einem Waffengesetz. Und so weiter kann man das durchdeklidieren. Dazu kommen dann solche Kleinigkeiten wie, in Frankreich gibt es die Vorratsdatenspeicherung, nach der wir hier rufen. Hätte das verhindert, hat das irgendwas genützt? In diesem Fall nicht. Der Attentäter von Sonny Dien hat sogar mit einer Fußfessel sein mörderisches Tun ausgeübt. Also so gesehen muss man einfach sagen, es war der Versuch, Ruhe zu verbreiten und den Menschen das Gefühl zu geben, ich bin da und wir tun etwas. Aber wenn man es sich ganz genau anguckt, muss man sagen, ja was denn? Ist das dann doch so, das haben wir vorher besprochen, dass die Regierung ohnmächtig ist, was bestimmte Dinge angeht? Geht das gar nicht anders oder ist die Regierung einfach schlecht? Nein, ich glaube nicht, dass sie schlecht ist. Aber es gibt, Sie haben es gerade gesagt, es gibt halt Punkte, wo man ganz klar sagen muss, hier sind die Einflussmöglichkeiten des Staates extrem begrenzt. Hier können wir ganz wenig, vielleicht sogar in Einzelfällen gar nichts tun. Aber das kann keine Bundesregierung öffentlich ihren Bürgern zumuten oder ihren Bürgern offen sagen, weil damit im Grunde genommen ihre Legitimationsgrundlage, nämlich dass sie anstelle der Bürger das Land regiert, quasi entzogen sieht. Und insoweit muss sie irgendetwas tun oder muss zumindest den Anschein erwecken, als würden Schritte unternommen. Und naja, das ist es halt. Sie wurde mehrfach angesprochen, natürlich auf Ihren Satz, den sie vor einem Jahr das erste Mal gesagt hat, wir schaffen das in Bezug auf die Flüchtlingskrise. Sie wurde mehrfach heute danach gefragt. Spannend war vorher, wie würde sie reagieren? Sie hat ihn bestätigt, sie hat den Satz wiederholt. Erstmal als Zitat und dann nochmal gesagt, ja, wir schaffen das, auch wenn es schwierig wird. In der Dramaturgie dieser Pressekonferenz und in der Dramaturgie Ihres Auftritts heute musste sie das wohl auch, denn jedes Wackeln oder jedes Zurücknehmen oder jedes Umschiffen der Frage wäre als Antwort angekommen bei den Journalisten, nämlich, dass sie den Satz nicht wiederholen will, beziehungsweise, dass sie es nicht geschafft hat. Und deswegen glaube ich, in Ihrer Diktion und in Ihrer Logik musste sie den Satz wiederholen, um ihn nicht vollständig zu entwerten. Wie ist Ihr Eindruck von Merkel persönlich gewesen? Also wie war ihr Auftreten? Das war die Merkel, die wir kennen, glaube ich, oder? Ja, es war eine Angela Merkel, wie wir sie kennen. Es war eine in sich ruhende, im Grunde genommen sichere Abwicklung einer Pressekonferenz. Ich hatte mir allerdings die Frage im Vorwiege gestellt, ob nicht irgendeine Ankündigung, irgendein Satz quasi über den Tag hinaus wirken würde. So wie das vor einem Jahr mit dem Satz, wir schaffen das, der Fall war. Und ich hatte mir überlegt, was könnte das denn sein? Aber im Grunde genommen war es jetzt sehr stark rückblickend, eine Bekräftigung der Position. Und fast so ein bisschen trotziges, wir sind auf dem richtigen Weg und wir machen alles richtig. Sie sagte ein Wort, das könnte natürlich ein Wort tatsächlich sein. Ich bin nicht, was sagte sie, nicht unterausgelastet. Das ist vielleicht ein Satz oder ein Wort, das hängen bleiben wird. Ja, aber das gehört in die Kategorie, das gibt es in so einer Pressekonferenz immer, so ein paar kleine Gimmicks oder die eine oder andere augenzwinkernde Antwort. Die waren allerdings in dieser Pressekonferenz sehr wenig. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es sich um ein ernstes Grundthema handelte. Der Grundsound war Moll, ganz eindeutig. Und da steuert man das schon sehr dosiert, solche kleinen Gimmicks oder so ein kleines Augenzwinkern. Ein-, zweimal muss das sein, aber mehr darf es dann auch nicht, um den gesamten Mollgrundton nicht zu entwerten. Sie haben gerade gesagt, das war Placebo, das war Ruhe verbreiten, das Volk zu versuchen zu beruhigen. Wird dir das gelingen oder ist dir das hiermit gelungen? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Und das wird ganz entscheidend, die Antwort auf diese Frage wird ganz entscheidend davon abhängen, ob es in den nächsten Wochen weitere Ereignisse gibt, die die Menschen beunruhigen, die den Menschen Angst machen. Also ganz klar, wenn es in den nächsten Wochen weitere Attacken, weitere Anschläge oder dergleichen geben sollte, und zwar gar nicht mal nur hier in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Frankreich oder in Belgien, dann könnte das ganz schnell sein, dass dieser Effekt entwertet wird. Wenn es, was wir alle hoffen wollen, in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten vergleichsweise ruhig bleibt, dann könnte sein, dass das Medikament dann doch wirkt. Wir werden sehen. Herr Kleine, vielen Dank. Wir sind gespannt, was Sie heute aufschreiben, was wir morgen in der Zeitung lesen werden, wie das Ganze bewertet wird. Wir würden jetzt Julian Reichelt dazu bitten, einmal den Staffelstab sozusagen übergeben. Julian, komm ran. Hallo Julian. Du hast es auch gesehen, ich habe ein Kleine gerade danach gefragt. Siehst du das auch so? War das Placebo, war das Beruhigung, war das im Grunde viel um nix? Viel um nix würde ich nicht sagen. Dafür ist in den letzten Tagen dann doch deutlich zu viel passiert und es waren deutlich zu viele Fragen offen, auf die Kanzlerin Merkel sicher noch eine Antwort schuldig war. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie sehr darum bemüht war, Gelassenheit auszustrahlen. Einen Satz hast du bereits genannt, wo sie gesagt hat, sie sei nicht erschöpft, aber auch nicht unterausgelastet mit einem gewissen Augenzwinkern. Aber es waren doch schon die zwei großen wichtigen Themen dabei und die haben auch diese Pressekonferenz dominiert, nämlich ein Jahr Flüchtlingskrise sozusagen und jetzt die jüngste Welle von Terroranschlägen, zu denen sie sich geäußert hat. Und da hat sie schon einige interessante Sachen gesagt. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass die Bundesregierung alles tun wird, um die Hintermänner dieser Anschläge in Würzburg und in Ansbach zu ermitteln und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Da wird sie zum Beispiel in den nächsten Wochen und Monaten beantworten müssen, wie das denn geschehen soll. Denn bisher fliegen deutsche Tornados über Syrien und machen Fotos. So wird man an diese Hintermänner sicher nicht gelangen und sie auch ganz sicher nicht ihrer gerechten Strafe zuführen. Und dieses Versprechen von Gerechtigkeit ist schon ein großes, was sie auch einhalten sollte. Sie hat einen Katalog angekündigt von Maßnahmen gegen Terrorismus, gegen den Islamismus hier in Deutschland. Sie hat gesagt, wir befinden uns im Krieg mit dem IS. Starker Satz im Zusammenhang mit diesen angekündigten Maßnahmen. Bei den Maßnahmen muss man wiederum sagen, da sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Dinge dabei, auf die man nicht vor zwölf Monaten schon hätte kommen können. Eine Maßnahme ist, sich das Internet ein bisschen genauer anzugucken und was da so passiert. Das Phänomen ist ungefähr drei Jahre alt, dass da radikalisiert wird. Eine weitere Maßnahme ist, die Zusammenarbeit mit den US-Geheimdiensten weiter auszubauen. Da muss man sagen, von der Kanzlerin selbst stammt der Satz, abhören unter Freunden. Das geht gar nicht. Also für die schlechte Stimmung oder an der schlechten Stimmung zwischen deutschen und amerikanischen Geheimdiensten war sie jetzt nicht ganz unbeteiligt. Und das Interessanteste war vermutlich, wie sie versucht hat, noch einmal ihren berühmten Satz von vor einem Jahr Wir schaffen das zu erklären. Heute hat sie gesagt, sie bleibt bei Wir schaffen das. Hat aber auch gesagt, ich habe nie gesagt, dass das einfach wird. Darauf werden vermutlich viele Leute jetzt reagieren, jetzt sagen, gut, warum hat sie das damals nicht so explizit gesagt? Und warum ist im letzten Jahr so wenig geschehen, den Leuten zu sagen, wie schaffen wir das denn? Was muss denn jetzt genau passieren? Wie werden wir diese Krise bewältigen? Was machen wir gegen Bedrohungen wie Terrorismus? Also ich fand schon, dass da einige interessante Punkte drin waren, aber auch eben einige Punkte, bei denen man merkt, dass die klare Antwort auf die Herausforderungen und auf die Bedrohungen, die daraus inzwischen geworden sind, bisher noch fehlen. Vielen Dank erst mal. Wir gehen mal in die Bundespressekonferenz. Da ist meine Kollegin Larissa Krüger mit dem Journalisten Thilo Jung, wenn ich richtig informiert bin. Larissa und Thilo, wie ist euer Eindruck von Kanzlerin Merkel nach dieser Bundespressekonferenz? Du bist nicht richtig informiert. Thilo steht jetzt gerade nicht neben mir. Er ist gerade nicht auffindbar gewesen. Das macht nichts. Wir nehmen mit dir vorlieb, Larissa. Wie ist dein Eindruck von Kanzlerin Merkel gewesen während der Bundespressekonferenz? Sie hat versucht, einzugehen auf die Fragen der Journalisten. Hörst du mich? Siehst du mich noch? Sehen nicht und hören nicht. Du hörst mich? Ja. Okay. Sie ist eingegangen auf die Fragen der Journalisten. Sie hat immer wieder versucht, klarzumachen, dass sie die Beunruhigung in der Bevölkerung versteht. Dass sie weiß, was die Menschen spüren. Dass sie aber nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Dass die Willkommenskultur nicht ihre alleinige Entscheidung war. Das fand ich sehr interessant. Dass sie gesagt hat, da waren viele Menschen mit dran beteiligt. Das hat sie auf keinen Fall allein entschieden. Und dass das Folgen hat, war abzusehen. Und das fand ich spannend. Wie war die Atmosphäre auf der Bundespressekonferenz? Es war eine besondere Atmosphäre, weil Kanzlerin Merkel sich da nicht wirklich oft blicken lässt. Nämlich genau einmal im Jahr. Beschreib mal bitte. Wie war die Atmosphäre unter den Kollegen? Und vor allem, was sagen die jetzt nach dieser Pressekonferenz? Die Atmosphäre war, naja, jeder wollte natürlich was fragen. Es waren unheimlich viele Leute da. Es gab am Anfang gleich Kontrollen, die sonst auch nicht üblich sind. Das heißt, jede Tasche wurde kontrolliert. Da standen Sicherheitsbeamte vorne an der Tür. Dann gab es gleich zu Anfang so viele Fragen, dass die Kanzlerin ja gar nicht so lange gesprochen hat. Oder beziehungsweise, dass nachher gar nicht alle Journalisten ihre Frage stellen konnten. Jetzt hinterher, nach der Konferenz, hieß es immer wieder, naja, es sei typisch Merkel. Sie hat zwar versucht, die Menschen zu beruhigen, hat ihren Neun-Punkte-Plan kurz angerissen, hat aber wieder, also das Gefühl danach war wirklich, sie hat wieder mal auf Zeit gespielt. Das heißt, sie will beruhigen, sie reißt diesen Neun-Punkte-Plan an. Aber man hat nicht wirklich das Gefühl, okay, da kommt jetzt was. Das hat sie am Anfang ja auch gesagt. Heute ist ja nicht der Tag der Entscheidungen. Das muss alles geprüft werden, inwiefern man da ja weitere Sicherheitsmaßnahmen verschärfen möchte. Auf die Frage, ob sie noch mal als Kanzlerin antritt im nächsten Jahr, hat sie ja genau das Gleiche gesagt. Das war dann auch, ja, heute ist nicht der Tag, dass sie ihre Entscheidung verkünden wird. Larissa, vielen Dank erst mal. Wir schalten gegebenenfalls gleich noch mal zu dir zurück. Dankeschön. Alles klar, danke. Julian, hier mal weiter. Ja, großes Thema. Flucht, Flüchtlinge, Krieg. Wie kann man denn nun das Flüchtlingselend am besten bekämpfen? Hier im Land, vor Ort? Was wäre der Königsweg? Gibt es einen? Also eine Formulierung, die auch in dieser Pressekonferenz immer wieder vorkam, ist eine, die wir im vergangenen Jahr schon häufiger immer wieder gehört haben. Und die lautet, Fluchtursachen bekämpfen. Das heißt, ich glaube, Menschen davon abhalten, überhaupt zu flüchten, indem man ihnen bessere Lebensumstände verschafft. Das klingt gut, das ist etwas, worauf sich auch alle einigen können. Wenn wir uns das aber konkret anschauen und sehen, dass der größte Anteil von Flüchtlingen tatsächlich aus Syrien stammt, muss man leider sagen, dass geradezu nichts dazu getan wurde, die Fluchtursachen in Syrien zu bekämpfen. Und die Situation in Syrien im vergangenen Jahr tatsächlich noch deutlich dramatischer geworden ist und ausgerechnet heute, am Tag der Pressekonferenz von Angela Merkel in einer Einkesselung von Aleppo gemündet ist, in einer Flächenbombardierung durch russische und syrische Luftwaffe von Aleppo. Und da reden wir jetzt über 300.000 Zivilisten in Aleppo, die sich demnächst vielleicht auf den Weg machen und auch irgendwo hin flüchten wollen, flüchten müssen, muss man vor allem sagen. Das heißt, da sind die Fluchtursachen, auch wenn das toll klingt, in keiner Weise bekämpft worden. Da ist das Problem, was diese Fluchtwelle, diese gigantische Flüchtlingsbewegung erst ausgelöst hat, eher noch größer geworden, weil man es eben ein weiteres Jahr nahezu komplett ignoriert hat. Du kennst das von deinen Reisen, ich kenne es von meinen Reisen. Ein gängiges Vorurteil kann man ja auch mal wieder legen. Viele Flüchtlinge kommen hier nämlich nicht her aus Spaß und nicht, weil sie so gerne in Deutschland leben wollen. Die wollen am liebsten in ihrer Heimat wohnen bleiben, natürlich, wie jeder Mensch das möchte. Würde man also Flüchtlingen, die dort vor Ort nicht weit weg geflüchtet sind, mehr helfen, wäre auch das sowohl für die Flüchtlinge besser als auch für uns. Deswegen ist dieser Satz, den auch die Kanzlerin genannt hat, Fluchtursachen bekämpfen ja durchaus richtig. Allein es müsste dann auch einfach mal geschehen. Bisher ist dazu im letzten Jahr tatsächlich nicht viel passiert. Und das führt eben zu einer Lage in Syrien, die sich noch weiter dramatisiert hat, die noch brutaler geworden ist, die noch mehr Menschen das Leben kostet. Und solange das so bleibt, glaube ich, werden wir bei den beiden großen Trends, die uns derzeit Sorgen machen, nämlich erstens Flucht und zweitens Radikalisierung. Keinen wirklichen Wandel sehen, sondern das wird sich tatsächlich eher noch beschleunigen und verschlimmern. Wenn wir sagen, Fluchtursachen vor Ort bekämpfen, wenn du das sagst, ich meine, wir John-Esten haben immer leicht reden. Wir dokumentieren es, was gefährlich genug ist, oft genug, aber wir müssen es nicht machen. Wenn du sagst, Fluchtursachen bekämpfen, was meinst du genau damit? Boots on the ground, muss da nach Syrien eine Armee einmarschieren, müssen dort Soldaten rein. Die Kanzlerin hat es ja vor einigen Wochen schon selber gesagt, in dem sie in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung war, es glaube ich, das Thema Schutzzone aufgebracht hat, nach fünf Jahren. Und das ist natürlich genau das Richtige. Wir haben jetzt fünf Jahre gesehen, in denen vermutlich eine Million Menschen, sehr viele davon Zivilisten, sehr viele davon Kinder, ermordet worden sind. Und solange diese Menschen zu Hause keinen Schutz haben, werden sie sich andere Orte suchen. Das ist etwas, was weiter vorangetrieben werden sollte, was derzeit aber nicht passiert. Und auf absehbare Zeit, wenn man sagt, wir sind mit ISIS im Krieg, wenn man sagt, wir wollen die Hintermänner dieser Taten, die wir jetzt in Deutschland erlebt haben, zur Rechenschaft ziehen, dann wird man als Politik darüber diskutieren müssen, ob das aus der Luft möglich ist. Ob es aus der Luft gelingen wird, die Hintermänner von terroristischen Anschlägen zur Rechenschaft zu ziehen. Ob es aus der Luft gelingen wird, diese für sehr viele radikalisierte Menschen ja enorm attraktive Bewegung zu zerstören. Und diese Fragen sind bisher, nach meiner Einschätzung, nicht genug thematisiert worden und bekommen durch die zunehmende Zahl von Anschlägen in Europa und nun auch in Deutschland einfach eine neue Dringlichkeit. Was ISIS schon selber sagt, die sind auf dem Rückzug, militärisch. Sie bereiten sich schon darauf vor, propagandistisch, dass sie nicht mehr dieses Gebiet irgendwann haben. Was brächte es denn tatsächlich, wenn man sie militärisch schlägt? Die Idee bleibt ja weiter bestehen. Und insofern bleibt ISIS und Terrorismus auch gefährlich für uns. Das ist genau der entscheidende Punkt. Es geht dabei gar nicht so sehr um Territorium, sondern um etwas, was bei Kanzlerin Merkel ja auch durchaus immer wieder anklang. Es ging um den Kampf mit einer Ideologie. Und auch darauf zielt ja dieser Neun-Punkte-Plan, den Angela Merkel vorgelegt hat, durchaus ab. Radikalisierung früh zu erkennen, dagegen einzuschreiten, dem Narrativ der Geschichte, die ISIS vor allem in den sozialen Medien erzählt, etwas entgegenzusetzen. Ja, also das ist ja durchaus etwas, was da erkannt worden ist. Jetzt ist halt die Frage, ob es entschlossen und energisch umgesetzt wird. ISIS sozusagen die Heimatbasis wieder zu entreißen, von wo aus sie ungestört operieren, ist ein Teil davon. Aber unterm Strich geht es nicht um Land, um Quadratmeter. Unterm Strich geht es um die Auseinandersetzung mit einer Ideologie, die jetzt auch in Deutschland angefangen hat zu zeigen, dass sie so viele Menschen, wie es irgendwie geht, töten will. Und auch das hat Angela Merkel ja heute gesagt. Der islamistische Terrorismus ist in Deutschland angekommen und da muss man ihr leider Recht geben. Fazit nochmal zu Angela Merkel. Hat es sie gestärkt, was sie gerade gesagt hat? Wird das die Stimmen ihrer Kritiker etwas beruhigen? Wobei es um die Kritiker wahrscheinlich gar nicht geht. Die Kritiker kritisieren. Der normale Bürger, fühlt er sich abgeholt, aufgehoben von dem, was er gerade gehört hat? Also ich glaube, was wir in den letzten Tagen beobachten konnten, ist, dass sich die Stimmung gegenüber der Bundesregierung, aber auch gegenüber Angela Merkel, bedauerlicherweise, muss man sagen, beunruhigenderweise, extrem radikalisiert hat in gewissen Milieus. Dass die Stimmung gegenüber der Kanzlerin extrem feindselig geworden ist, teilweise. Ich glaube nicht, dass so eine Pressekonferenz es in irgendeiner Weise leisten kann, Menschen, die sich radikalisiert haben, die in Merkel eine Verräterin sind, in irgendeiner Weise zurückzugewinnen. Darum geht es hier auch gar nicht. Es geht tatsächlich in gewisser Weise darum, ein Fazit zu ziehen vor dieser Sommerpause. Natürlich geht es in der Politik auch immer darum, Zuversicht zu verbreiten. Ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen. Wie gesagt, ihr Satz, nicht unterausgelastet, das trifft vermutlich die Situation ganz gut. Das war nötige Portionen Selbstironie. Die Maßnahmen, die sie vorgeschlagen und angekündigt hat, sind in jeder Weise sinnvoll. Es braucht jetzt halt nur eine zügige Umsetzung. Und daran wird sie sich im nächsten Jahr messen lassen müssen. Wir gehen nochmal zurück zur Bundespressekonferenz. Larissa und Thilo Jung sind vor Ort. Thilo, beschreib uns nochmal deinen Eindruck. Du bist Bundespressekonferenz-Profi. Das ist dein zweites Zuhause, dein Wohnzimmer. Wie ist dein Eindruck von Kanzlerin Merkel heute? Ich war ziemlich enttäuscht. Also anders als letztes Jahr hat sie heute eigentlich nichts Neues, nichts wirklich Neues gebracht, außer die üblichen Durchhalteparolen. Das Einzige, was sie wirklich angekündigt hat, dass der Sicherheitsstaat noch weiter ausgebaut werden sollte. Und dass natürlich der islamistische Terror in Deutschland angekommen ist, wovon ich enttäuscht war, weil sie damit meiner Meinung nach den rechten Terror in Deutschland marginalisiert hat, weil der für mich qualitativ und quantitativ eine größere Gefahr ausstrahlt. Und das andere ist, ich habe sie ja zu den Fluchtursachen gefragt und ihrer Fluchtursachenbekämpfung. Und wenn wir, unsere Koalition, Menschen dort bombardieren und töten, was das dann quasi mit der Fluchtursachenbekämpfung zu tun hat. Weil meiner Meinung nach ist das dann Schaffung von neuen Fluchtursachen, hat sie sich völlig rausgeredet. Und ja, was ich mitgenommen habe, dass sie beleugnet hat, jemals den Irakkrieg unterstützen zu haben. Fand ich sehr lustig. Das wird meine Zuschauer interessieren. Ja, sie hat den Merkel-Stil da auf jeden Fall durchgezogen. Wie ist der Eindruck deiner oder unserer Kollegen? Wurde Angela Merkel kritisch genug angenommen? Das muss jeder selbst entscheiden. Also da versteht doch jeder was anderes, wie er kritische Fragen stellt. Und manchmal braucht man eher ein Zitat zum heutigen Tag, also ein Zitat zu tagesaktuellen Geschehnissen. Das halte ich meistens für nicht förderlich, einfach nur, weil man weiß, dass die meisten Kollegen das eh fragen werden. Darum habe ich eher vermisst, eher grundsätzlichere, kritische Fragen zu stellen. Tito, du warst vor einem Jahr auch bei der Bundespressekonferenz, als Angela Merkel das letzte Mal dort aufgetreten ist und den berühmten Satz gesagt hat. Vergleich mal bitte die Merkel 2015 auf der BPK und die Merkel 2016 auf der BPK. Gibt es Unterschiede oder ist das der gleiche Stil, die gleiche Frau? Ich finde, es ist der gleiche Stil und die gleiche Frau. Da kam jetzt nicht viel Neues dazu. Und einfach nur, wie ich schon gesagt habe, dass sie einfach nur, wir schaffen das, einfach nur mal wiederholt, ohne zu untermauern, wie wir das schaffen. Weißt du, ich bin ja auch dafür, dass wir das schaffen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das schaffen. Nur sollte sie dann einfach mal erklären, wer für sie wir sind. Alle in Deutschland, die Bevölkerung, die Politik, die Bundesregierung. Und sie soll und muss erklären, wie das zu schaffen ist. Und das hat sie auch heute nicht getan. Thilo, ganz herzlichen Dank. Viele Grüße und viel Freude bei den nächsten Bundespressekonferenzen. Dankeschön. Viel Spaß. Grüß an Julian. Das war es auch von uns dann an dieser Stelle. Ein Angela Merkel-Marathon, ein Bundeskanzlerin-Marathon, den Sie und wir gerade hingelegt haben. Vielen Dank für euer Interesse. Bis demnächst. Tschüss. Das war es auch von uns.